So, hier war doch noch was zum Reinhören, oder nicht? Da. Kann es sogar sein, dass sie zwar, also sich wie Geschwister benehmen, aber eigentlich sind sie ein und dieselbe Person aus verschiedenen Welten, nur eben ist sie in der anderen Welt eben ein Junge gewesen und hier eben eine Frau und jetzt sind sie sich hier begegnet. Also glaube ich jetzt, also, wäre jetzt meine Vermutung. Wer schießt da? Oh, ich sammel die Kugeln, aber das Treffen ist nicht so schwer. Guck mal, ich habe sogar Fallen gelegt. Ich weiß, er lebt noch. Oh, finde ich cool. Ich würde es sogar wahrscheinlich gegen die Krähen austauschen. Ich brauche aber Beherrschung am meisten und es fehlt uns nur noch eine Kraft. Dann haben wir anscheinend alle. Ich hätte gerade was trinken sollen, aber egal. Mein Hals ist nämlich immer noch sehr kratzig. Ich laufe jetzt trotzdem einfach zurück. Keine Gegner, keine Gegner. So, ein bisschen beeilen. Da ist keiner mehr. Ich glaube, da oben haben wir auch alles erledigt. Ich gucke mal ganz kurz nochmal nach. Ah, siehst du, ich habe was vergessen. Und kann es sein, dass wir gerade genau 4000 haben? Ja, haben wir. Ich wollte nur ganz kurz nachgucken, wie viel Geld wir haben. Ich wollte jetzt nichts kaufen. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Aber wir haben sowieso, glaube ich, alles erledigt. Okay. Komme ich da hin? Ach, wieder so eine wunderschöne Wand. So eine schöne, unsichtbare Wand. So, aber das Geld nehme ich mit. Gut. Fahrstuhl. Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Das könnte es sein. Was? Ich habe es nicht gesehen. Ach da. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Coats zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lasse mich nicht mehr einsperren. Oh oh. Alsoci mal. Und ich lasse mich nicht mehr. ittens. Ich lasse mich nicht mehr. Ich lasse mich nicht mehr. Ist er weg? Können wir jetzt abhauen? Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay? Hm. Ich hoffe mal, es stimmt, dass es nicht dazu kommt. Bereich verlassen. Ja. Nadebildschirm. Okay. Das haben wir geschafft und ja. Ich weiß nicht, ob wir ihn wirklich besiegen können. Oder zerstören. Weil er ist ja schon ziemlich stark. Ja, aber wir finden schon einen Weg. Irgendwie kriegen wir das sicher hin. Wir haben schon... Nein, haben wir schon mal stärkere Gegner besiegt? Bioshock 1, Bioshock 2. Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist wirklich der Stärkste. Gut, eine Big Sister. Das wäre ein interessanter Kampf. Big Sister gegen hier. Den schönen Vogel. Aha. Ich kann nichts beschwören von hier. Und da sollen wir uns jetzt eingeschossen. Hey, die haben gerade auf den Fahrstuhl geschossen. Und tschüss. Kommst du hinterher? Ja. Salze brauche ich. Hier wäre der Fahrstuhl eigentlich angekommen. Tja, das war wohl nichts. Da ist noch mehr Salze. Ich bin zwar ganz kurz hier. Hier werde ich jedenfalls noch nicht angekommen. Hoffentlich. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Okay, wir ziehen in die Schlacht. Huah! Es ist ziemlich kompliziert gerade was zu beschwören, zu schießen oder abzuspringen, weil ich kann gerade nicht sehen, wie viele Gegner hier sind. Oh, da liegt noch. Jetzt aber nicht mehr. Wo ist der Moskito? Hier war eben ein Moskito. Dann beschwörst du mal den Köder. Ich sollte nichts einsammeln gerade. Wo ist der blöde Moskito hin? Wo sind die ganzen Gegner? Okay, da sind Gegner. Uh, da sind sogar jede Menge. Fahr doch einfach weiter. Weißt du was? Ich kann das auch. Ich kriege so trotzdem irgendwie Leichen. Hoah! Was ist zu schießen? Was ist hier? Aha, es stützt ab. Oh nein. Nicht die schon wieder. Lass mich. Oh, der kann uns unter Strom setzen. Ähm. Ja. Ich weiß nicht mal, ob was... Hey! Vielleicht sollte ich das mal wieder verwenden. Ja, ist... Es ist nett gemeint und so, aber... Noch viel bei den Big Daddy-Score. Bevor er explodiert. Das ist wieder Nachkampf. Ich nehme es mal ganz kurz mit. Ich rüste es nicht aus. Irgendwas entsteht doch gerade. Ist der gerade in den Blut gesprungen? Ich rieche. Ja. Sag danach auf. Oh, ist er nicht. Huh. Huhuhuhu. Na. Das ist doch nichts dein Ernst? Aua Ich hau jetzt ab Macht's gut, ihr Pfeifen Aber ich komm da nicht oben hin Dann erstmal eine Rundfahrt Ich will da hin Da will ich hin Nein, nein, nein Ja, ja, so, genau Ja, ja, ich seh die Raketen Ich muss die nur irgendwie auch ausschalten Erwischt Panzerfaust brauch ich nicht Was ist das? Ich kann's nicht öffnen Okay, brauch ich auch nicht Haben wir noch Gegner hier? Ich hole mal den Moskito Aber ich glaube, das war's Gut, war doch gar nicht so wild Ja, war gar nicht so wild Okay Das kannst du mal bitte öffnen Ich meine, wenn wir schon hier oben sind Da gibt's ja wieder tausend Wege Und ich hab keine Ahnung, wo ich zuerst Land gehen soll Okay, das ist anscheinend Sackgasse, das heißt Hier gehen wir mal zuerst So, Salze Kiste Und was zum Beinhören Ich hatte das Atom Mitten in der Luft festgehalten Kollegen bezeichneten mein Lothessfeld Als Quantenlevitation Aber das trifft es nicht Levitation, das klingt nach Verkehren und faulem Zauber Mein Atom sank mir einfach nicht nach unten Wenn man ein Atom Unendlich lang in der Luft halten kann Warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel Warum dann nicht eine ganze Stadt? Interessante Theorie Würde das nicht so funktionieren? Ich glaube nicht Ich weiß nicht Ist mein Leben voll? Ja Ich geh mal ganz kurz zu den Automaten Auch wenn dann nichts Neues ist Aber ich werde wahrscheinlich auch bald neue Waffen benutzen Da ist sogar sehr viel Neues Und sogar was für die Schrotfünfte So, die Schrotfünfte ist erledigt Hallo, ich komme nicht raus Verleiht die Fähigkeit Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen Das gefällt mir Ich werde Blitz wahrscheinlich auch öfters jetzt benutzen Erhöhlt die Dauer von Betäubungen Das brauche ich Okay Mehr erstmal nicht Kisten Wie gesagt, ich gucke mich jetzt erstmal hier um Da muss ich lang Das kannst du aber schon mal öffnen Das ist was für dich Ich meine, lang gehen müssen wir ja doch nicht Vorhin in dem Laden Was du da von mir verlangt hast Reden wir nicht drüber Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt Das ist der Tod Mr. DeWitt Oder etwas so ähnliches Dass es keinen Unterschied macht Okay, wir gehen da jetzt aber noch nicht durch Wir gehen erstmal jetzt hier überall lang Das ist ein normaler Shop, oder? Ja Köder brauchen wir nicht Moskito brauchen wir auch nicht Mülleimer Müssen wir hier auch lang? Nein Kannst du das schon mal öffnen? Na komm So, ich gehe auch schnell Ich gucke mich trotzdem erstmal hier draußen So, dann gucken wir mal, wo es noch so lang geht Halt, das können wir öffnen Das sind tausend Wege hier Das kannst du auch öffnen Mal sehen Erledigt Das gehen wir wieder sehr schnell Das sieht aber stark danach aus, dass wir da lang müssen Wir gehen ja sowieso überall lang Aber trotzdem möchte man Alles sehen Ich gehe jetzt erstmal hier lang Weil das hier sieht mehr nach einer Sackgasse aus So, das Geld nehme ich mit Und da haben wir auch was zum Sehen Das machen wir auch mal ganz schnell Ich hoffe, die kennen wir noch nicht Wo ist das? Das war's. Ich glaube, die kennen wir schon, oder? Ja, den kennen wir schon. Den kennen wir schon. Das brech ich jetzt einfach mal ab. Ich guck mal hier rein. Ich merke mir nicht immer, ob wir die schon gesehen haben oder nicht. Deswegen. Kannten wir den schon? Kannten wir auch schon. Okay. Das sieht so düster hier aus. Mülleimer. Mülleimer. Chill doch mal. Ich guck mich hier gerade um. Immer dieses Gehetze hier. Gut, mehr ist hier aber auch nicht. Die drei haben wir ja schon. Ich hab grad die Orientierung gerade verloren. Wozu kann man hier reingehen, wenn hier nichts ist? Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Gut, wieder raus. Hier ist es etwas heller wenigstens, aber auch nicht so hell jetzt. So. Ich geh trotzdem zuerst hier lang jetzt. Was sagt uns, wir müssen die... Ich seh keinen Pfeil. Ich seh gar nichts. Ach, jetzt müssen wir doch hier rein. Pass auf, ich geh jetzt einfach hier rein. Ich geh nachher nochmal zurück und... ...guck mir den anderen Weg an. Komme ich zu der Treppe. Ja, ich komm zu der Treppe. So, halt. Was bewegst du dich denn so schnell? Vielen Dank. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Jetzt sagt er nicht immer mehr okay oder so. Nein. Jetzt ist Bukka komplett unhöflich. Dieser Bukka. Weißt du, Elisabeth hilft uns hier so freundlich, aber er... Er zeigt keine Dankbarkeit. Du hast mir das angetan. Ich hab dir gar nichts angetan. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Heil die Klappe. So. Es schnell beenden. So muss es sein. Da kommt man nicht ran. Also rein. Nein. Gut. Wo sind wir hier? Da geht's nicht lang. Aber hier geht's ganz kurz lang. Und... ...ich mach das hier nochmal ganz kurz auf. Aber sobald ich das gemacht habe, würde ich ganz kurz nochmal zurückgehen. Und durch die andere Tür gehen. Ja, hallo? Ich soll das aufmachen. Sieht kinderleicht aus. Ich hab eigentlich eben schon gedrückt, aber okay. Lauf doch nochmal weg. Ja, und wir können Salze erhöhen. Salz ist auch fast fertig. Geld nehme ich gerne. Mehr ist hier glaube ich nicht, oder? Da komm ich gar nicht durch. Gut, ein bisschen Geld. Wie immer. Nee, mehr ist hier nicht. Okay. Wir gehen jetzt ganz kurz zurück. Ich will wissen, wo wir rauskommen, wenn wir durch die andere Tür gehen. Da bin ich jetzt neugierig. Irgendwie... Hier müssten wir ja sowieso rauskommen dann. Weil beides führte in dieselbe Richtung. Ich wollte gerade sagen, da hatte ich mal ganz kurz Angst. Okay, die Tür war glaube ich irgendwo da hinten. Wir sind gleich da. Ähm, da war die, oder? Hier? Nein. Uh, wo war die? Ach, hier drüben. So. Kommt hier auch ein Fireman? Das ist jetzt nichts. Aber ein paar Verkaufsautomaten. Die können wir eigentlich auch ganz kurz mal durchgucken. Aber da brauche ich noch gar nicht gucken. Aber... Hier einmal. Nein. Nehmen wir erstmal nichts mit. Das ist ein normaler. Muss es ja. Hier ist sonst gar nichts. Und hier ist Schlacht. Ich geh mal ganz kurz hierhin zurück. Und aktiviere das. Schon dabei. So.